Der Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Angeblich sollen die Nachbarn und NATO-Mitglieder kurz vor einer militärischen Auseinandersetzung gestanden haben. Auslöser sind die türkischen Erdgasexplorationen im Grenzgebiet. Die Auffassungen über die rechtliche Lage zur Ausbeutung des Seegebietes im östlichen Mittelmeer liegen weit auseinander. Beide Länder schickten Marineverbände zur griechischen Insel Kastelorizo, die nur drei Kilometer vom türkischen Festland entfernt ist. Die Türkei kündigte an, das Explorationsschiff Orograys und zwei Unterstützungsschiffe würden bis Anfang August südlich der griechischen Inseln Rhodos, Karpathos und Kastelorizo operieren. Die Ankündigung der Türkei, neue Untersuchungen im östlichen Mittelmeer durchzuführen, ist nicht hilfreich, gerade angesichts der jüngsten Diskussionen über die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei. Außenminister Heiko Maas hatte zuletzt am Dienstag in Athen noch einmal darauf hingewiesen, dass Fortschritte in den EU-Türkei-Beziehungen nur dann möglich seien, wenn, so Maas wörtlich, Ankara-Provokationen im östlichen Mittelmeer unterlasse. Die EU hatte wegen des türkischen Vorgehens einen rechtlichen Rahmen für Sanktionen gegen die Türkei geschaffen, denn Ankara führt bereits Bohrungen vor Zypern durch, ohne Genehmigung der Regierung der Republik Zypern. Mit Libyen wurde ein Abkommen zur Ausbeutung von Öl und Gas vereinbart, das allerdings griechische Wirtschaftsrechte südlich von Kreta ignoriert, in dem reiche Erdgasvorkommen vermutet werden. Die Spannungen nehmen zu. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bestand darauf, dass die Türkei im Rahmen des Seerechts handele. Bundeskanzlerin Angela Merkel telefonierte sowohl mit Erdogan als auch mit seinem griechischen Amtskollegen Mitsotakis, um die Lage zu entschärfen.